Wie kann ich euch heute behilflich sein? Feuerherzband. Spiel wird gespeichert. Automatisches Speichern. Sehr schön. So, jetzt müssen wir wieder in die Gilde. Ja. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Schön. Sehr schön. So, jetzt müssen wir erstmal in Mace alte... alte Bleibe. Der hat immer noch keine Haare bekommen hier. Halt, hier will ich gar nicht hin. Hier will ich hin. Was? Ja, ich bin ganz schön stark. Der Sensenmann. Nein, ich arbeite immer nachts. So, Mace, Mace, Mace. Du warst mir schon einer. Ging das hier schon hoch? Ja. So, und jetzt muss man hier nämlich diese ganzen Bücher untersuchen. Diese ganzen Regale hier. Avos Träne sind schwer zu finden. Ich gebe nicht auf. Wenn ich seine Macht in meinen Händen halte, hielt er, würde alles anders werden. Ich könnte ihn damit selbst aufhalten. Oder das Schwert wenigstens jemandem anvertrauen. Den Mut hat, sich ihm entgegenzustellen. Okay, eine Geschichte der Gilde. Heute habe ich bisher eher das beste Beschreibung an der Legende über Avos Träne gefunden. Sie befand sich im Anhang einer seltenen Ausgabe von Eine Geschichte der Gilde und beschreibt, wie der Schwert erschaffen wurde. Leider wird daran nicht erwähnt, wo es versteckt sein könnte. Endlich, ich habe eine zerflatterte Schriftrolle mit dem Ort von Avos Träne gefunden. Die Träne zu bekommen, könnte nicht einfacher sein. Man muss einfach nur die Inschrift auf dem leeren Grab im Hof der Gilde lesen und an die Waffe denken, um von dem alten Helden bewertet zu werden. Ich kann nur hoffen, dass sie meine wahren Absichten erkennen und mich würdig befinden. Es hat nicht funktioniert. Ich bin für immer in seiner Hand. Nein! Ich habe hier noch etwas drin. Messerjack. Okay, ich habe ein Buch über Messerjack. Ich habe auch noch seinen Kopf hier irgendwo rumliegen, bei mir garantiert. So etwas bewahrt man sich ja auf. So, jetzt müssen wir das leere Grab nämlich finden. Solicus. Und ich habe ganz... Ihr seid reinen Herzens, wie wir sehen, und habt die ultimative Macht zugunsten des Landes aufgegeben. Ja, mindestens. Wir halten euch für würdig, o Held. Möge Avos Träne in euren Händen die bösen Kräfte verbrennen. Na, ich hoffe doch. Gib mir her, das gute Stück. Avos Träne. Scheiß auf das Schwert der Macht. So, Inventar. Waffen. Nahkampfwaffen. Wir sind bisher bewaffnet mit, äh... Ja, einem, äh... Irgendwas. 230 macht das Schwert. Das ist ja mal klasse. Distanzwaffen. Äh... Eichenholz Langbogen haben wir. Bei der Macht von Greyskull. Viel Spaß noch. Ja? Danke. So. Somit hätten wir das mächtigste Schwert im ganzen Spiel, meinen Informationen nach. Wunderbar. Ja, kann's... Ja, kann's mal sehen, ne? Haha. Ich hab schon viel von euch gehört. Echt? Okay. Das war ja richtig nett. Ich hab viel von euch gehört und dann geht der. Das ist ja... Naja. Hurra. Mir auch ein Hurra. Achso, ihr habt ja eh mich gemeint. Haben wir hier noch was? Händlermassaker. Galgenbaumrettung. Äh... Ja, Räuberspionrettung. Ups, nö. Lösegeldopfer. Die können wir mal übernehmen, die Quest. Und ich möchte jetzt erst einmal speichern und, äh, ja, ein bisschen... Ich möchte das gerne überschreiben, genau. Und eine kleine Pause machen. Und, äh, wenn euch meine Videos gefallen, dann, äh, ja, gebt mir einen Daumen hoch bei Facebook, bei YouTube, wo ihr möchtet. Teilt meine Videos vielleicht. Gebt mir einen netten Kommentar oder sowas in der Art. Würde mich wirklich sehr freuen. Und ich sage jetzt, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hallo Leute. Da bin ich auch schon wieder. So, ich denke mal, heute werden wir wohl die, äh, neuen Queste, die wir hier haben, so ein bisschen, äh, weitermachen. Und was ich auch machen möchte, ist erst einmal einmal einkaufen hier in der Gilde. Wenn das gerade mal nicht so ruckeln würde hier, wie blöde. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich kaum wieder Belebungsviolen habe. Das ruckelt immer noch. Meine Festplatte ist am wühlen, wie blöde. Ja, ich bin der mächtige Sensenmann. Ihr seid hier genau richtig. Gucken wir doch mal, was du so schickes hast. Gegenstände. Was hast du denn? Tränke will ich haben. Wiederbelebungsviolen. Die nehme ich doch mal alle beide mit. Äh, Gesundheitstränke sind vielleicht auch nicht allzu schlecht. Ähm. Was kaufen, was kosten die Dinger denn überhaupt? Auch 83 kosten die. Normalerweise kosten die 80. Äh, wir kaufen mal das maximal. Willenskrafttränke sind gerade verdammt billig. Die nehmen wir alle mit. Was sucht der denn so schönes? Gegenstände Tränke. Tränke. Wiederbelebungsviolen. Okay. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir doch hier mal raus. Erinnern wir euch an die alte Geschichte vom Hochküstenschiff? Ja, doch. Ich hab gehört, es soll wieder erscheinen. Uh, das Geisterschiff ist wieder unterwegs. So, jetzt, äh, mussten wir ja mal gucken, dass wir hier so ein paar Sachen haben hier. Galgenbaumrettung, das ist alles egal. Ähm. Nein. Wollen wir doch mal gucken, was wir hier so an, äh, da war das, an Quest haben, die wir machen können. Wollen wir doch mal sehen. Aktuelle Quest. Was haben wir denn? Büchersammlung, Schiff der Ertrunkenen, äh, okay, ja. Das können wir ja nochmal versuchen, das Schwert im Stein. Äh, und das Lesegoldopfer können wir auch nochmal versuchen. Ich würde sagen, wir machen erstmal dieses hier. Das ist beim Avion-Tempel. Äh, ne, da. Wo ist denn das? Äh, äh. Was? 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 Körperbau haben wir ausgeskillt, okay. Das ist alles gerade noch nicht so doll hier. Gut, würde ich mal sagen, gehen wir doch mal zum, äh, Woods, äh, Woods, Woods in der Hook-Küste. Da wollen wir dann doch mal hin. So, das sieht gut aus. Da teleportieren wir uns jetzt mal hin. Vielleicht können wir da auch noch das eine oder andere Haus kaufen. Können wir mal gucken. Damit wir im Zweifelsfall, wenn wir Geld brauchen, uns immer noch ein bisschen was holen können. Ich würde die da nicht regelmäßig abholen, sondern immer nur... Oh, Held, ich habe euch erwartet. Wie ihr seht, wurde die Stadt auf Veranlassung des Gildenmeisters evakuiert. Oh, ja. Muss was Ernstes sein, hm? Es war nicht leicht, alle kurzfristig rauszubekommen. Aber wir Wächter verstehen unseren Job. Echt, ich könnte euch Geschichten erzählen. Die will aber keiner hören. Aber, äh, das interessiert euch sicher nicht. Dann werde ich euch jetzt in Ruhe lassen, Sir. Guten Tag. Guten Tag. So, bringt das Feuerherz in den Leuchtturm. Mal gucken, ob das jetzt so schwer hier wird. Ich ziehe mal lieber schon mal meinen Charriert. Und dann gehen wir mal gucken jetzt hier unten. Das glüht ja in verschiedenen Farben. Blau, grün hat es eben geblinkt. Es wechselt immer anscheinend. Ja, blau und grün und so. Weiß war überhaupt auch noch dazwischen. Da ist der alte Leuchtturm. Naja, gehen wir da mal gucken. Warte, um hier hoch zu gehen, gibt das schon so viel XP und Geld und Belohnung. Und hast du nicht gesehen? Das ist doch einfach nur ein Lieferauftrag. Oder kommt hier jetzt gleich noch irgendwer großartig um die Ecke? Hinter mir will die Katze gerade ins Wohnzimmer. Das kann ich aber gerade mal nicht zulassen. Ja. Da will die nämlich immer rein. Da darf sie jetzt aber nicht rein. Nicht, wenn ich nicht dabei bin. So, ich denke mal, hier muss ich jetzt wohl erstmal in die Truhe gucken. 15. 15 Schlüssel brauche ich. Okay. So. Da ist es. Ich nehme an, das Feuerherz ist platziert. Gut. Wir treffen uns unten. Wo kommst du denn her? Laut den Büchern soll das Schiff ankommen, sobald das Herz seine volle Kraft entfaltet. Was zum Teufel? Ein Herbeirufer. Er will das Herz zerstören. Wir müssen es beschützen. Dann mal los. Uiuiuiui. Uiuiui. Uiuiui. Das Feuerherz muss beschützt werden. Dieses Ding ist noch zäher als ich dachte. Nicht zäh genug. Nicht für meine einer. So. Ja, ja. Stirb. Mehr Herbeirufer. Das Herz braucht mehr Zeit zum Aufladen. Kommt schon. Na dann. Wir haben Gesellschaft. Wir müssen die Herbeirufer davon abhalten, das Feuerherz zu zerstören. Ich gehe jetzt erstmal auf die Herbeirufer hier. Und den Rest müssen wir an den Schwerter gerade mal erledigen. Hieb weg, du Misty. Ja, 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 ja. Immer, immer auf die Kleinen hier. Wir wollen es ja nicht anders. Ist gut. Ja, ist gut. Den haben wir schon mal. Jetzt krieg ich eh noch auf die Schnauze. Und dann der da hinten. Alter, ich steh auf. Ihr habt ja wohl gesoffen, oder was? So, den haben wir. Zum Glück haben wir so wahnsinnig viel Körperkraft, weil mit meinen nicht vorhandenen Blockkünsten hier, da kommt so ziemlich alles durch. Da kommt das Schiff. Ah, hier ist das Boot. Ist gemütlich. Wenn ihr in der nördlichen Einöde seid, aktiviert euer Gildensiegel, die Teleporter dort, dann komme ich zu euch. Schnitter hätte es schon lange getan, aber er zerstörte sein Siegel, bevor er ankam. Wollte wohl nicht, dass Mace von seinem Plan erfuhr. Nun dann, gute Reise. Wie wär's mit einer Schneeballschlacht beim nächsten Wiedersehen? Ja, doch, Schneeballschlacht. Sicher. Das seltsame, stille Schiff setzte die Segel und entschwand. Tag um Tag durchpflügte es die Wellen. Ein Phantom des Ozeans in ständiger Fahrt. Und dann ragten die ersten Eisspitzen aus dem Nebel am Horizont. Dies war das Ufer der Vergessenen Bucht. Dahinter lag die nördliche Einöde. Naja, Karte der Vergessenen Bucht haben wir bekommen. Bekanntheitsbelohnung, Extrabekanntheit, Gold erworben, Gildenbelohnung, bla bla bla. Dann wollen wir doch mal sehen, was da jetzt so kommt.